So, ihr Freunde, herzlich willkommen zu diesem Video. Heute habe ich ein richtig geiles Video für euch. Auf jeden Fall, Leute, ihr kennt alle Lisa und Lena oder Lena und Lisa? Keine Ahnung. Auf jeden Fall, die sind Zwillinge, die sind bei Musical.ly und ich gucke mir heute ein paar Musical.ly's an von denen. Und ja, ich reagiere darauf, was ich dazu denke und so. Also ich glaube, die sind alle fresh von denen. Ich habe ja schon ein paar gesehen so und jetzt werdet ihr sehen. So, Leute, jetzt geht's los, Leute. Okay, gucken wir mal an und los. Also bisher ist eigentlich voll fresh, ne? Also, nicht schlecht. Alter, die machen richtig gute Bewegungen so. Alter, das sieht richtig nice aus, Alter. Respekt an euch, wenn ihr das sieht, dann... Naaaah. Nuaah. Es ist irgendwie schon ein bisschen Tatsy-Danzo. 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 Auf jeden Fall, wenn ihr neu seid, dann können sie ruhig abonnieren. Also ich würde mich um ein Like und ein Abo freuen auf jeden Fall. Ja, haut rein. Bis zum nächsten Mal und ciao.